Vor einigen Wochen hast du von mir ein Video bekommen, reich durch ROI, Return on Investment. Und nachher erreichten mich durchaus ein paar verschiedene Fragen aus meiner Community und deswegen machte ich heute für dich zum Thema ROI nochmal eine zweite Videofolge. Denn ROI, Return on Investment, hat natürlich etwas damit zu tun, dass du Kapital, Zeit oder irgendwas anderes investierst, um daraus möglichst einen monetären Nutzen zu ziehen. Und viele Unternehmen, Konzerne sorgen natürlich in ihrer Zielplanung dafür, dass der ROI berechenbar wird. Dass man also sehr schnell und unkompliziert ermitteln kann, welchen Wert hat dieser Return, den ich auf mein Investment erwarte für mich als Unternehmen. Und doch gibt es Menschen, die übertreiben es mit dem ROI auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Ich möchte dafür mal ein Beispiel geben. Aktuell kannst du, und vielleicht geht es dir auch so, wenn du ein LinkedIn-Konto hast oder ein Xing-Konto hast, dass unglaublich viele Menschen Kontaktanfragen losschicken und mit dieser Kontaktanfrage entweder sofort irgendein Pitch bei dir landen wollen und dir erklären wollen, wie groß doch ihr Nutzen für dich ist, obwohl sie noch nicht einmal wissen, was du für ein Bedürfnis hast oder was du für ein Problem hast. Und auf der anderen Seite gar kein Interesse daran haben, überhaupt eine Konversation aufkommen zu lassen. Sie wollen ihr Produktangebot loswerden, sie möchten so wenig Zeit wie möglich aufwenden, sie möchten keine bezahlte Werbung ausgeben, sie möchten also schnell zum Schuss kommen. Das Problem dabei ist, dass sie sich damit in den Augen potenzieller Zielkunden maximal disqualifizieren. Und das ist natürlich nicht wirklich cool, wenn du als Unternehmer erfolgreich sein möchtest. Also der reinrassige Fokus auf den Return on Investment ist nicht wirklich sexy. Was sexy ist, wenn du Unternehmer sein möchtest, in den Augen deiner potenziellen Kunden ist, dass du beginnst, dich für sie zu interessieren, dass du ihre Tür in deine Richtung öffnest. Und das passiert natürlich nicht, indem du ihnen sofort dein Produktangebot um die Ohren haust, sondern indem du ernsthaftes Interesse zeigst. Indem du dich dafür interessierst, was sind sie denn für Unternehmer? Was ist denn der Zweck des Unternehmens, was sie aufgebaut haben? An welcher Stelle haben sie beispielsweise besondere Herausforderungen zu meistern? Und suchen sie aktuell gerade im Markt gegebenenfalls nach jemanden, der ihnen dabei helfen kann? Und jetzt bist nicht du sofort derjenige, der die Hilfe bereitstellt mit deinem Unternehmen, weil du das Gespräch glücklicherweise in Richtung deines Produktangebotes gelenkt hast, sondern das, was jetzt passieren sollte, ist, dass in deinem Hinterkopf sofort dein gesamtes Kontaktbuch aufgeht und du überlegst, welcher deiner Kontakte könnte für diesen Menschen einen besonderen Mehrwert bringen. Wie kannst du zwei Unternehmer zusammenbringen, die gemeinsam einen hohen Mehrwert erzeugen können, nämlich in der gegenseitigen Unterstützung? Und ich darf dir eins sagen, ich mache das seit Jahren so, nicht, weil ich das bewusst anlege, aber mir ist immer wichtig, mir erzählt jemand von irgendeiner Situation, von irgendeinem Problem und automatisch springt es bei mir an, dass ich danach suche, wem könnte ich diesen Unternehmer vorstellen, damit die beiden miteinander irgendetwas erzeugen können, was beiden hilft. Und das sorgt in der Regel dafür, dass ich ein Dankeschön bekomme, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt irgendeine Empfehlung bekomme und das wiederum macht mich in den Augen meiner Kunden und deren Kunden zu einem interessanten Gesprächspartner. Wenn du magst und wenn es passt, kannst du natürlich in jedes Gespräch einbinden und einflechten, welche Erfahrungen beispielsweise Kunden von dir in der gemeinsamen Arbeit bei der Bewältigung einer solchen Problemsituation gemacht haben und was die daraus folgenden Ergebnisse waren. Das kannst du tun, wenn es passt, aber versuch bitte nicht auf Gedeih und Verderb sofort ein Pitch zu landen und sofort irgendein Geschäft zu machen. Dann wird es kein ROI, sondern dann wird es ein Desaster und du wirst dich in diesem Markt verbrennen, weil Unternehmer warnen sich auch gegenseitig vor Menschen, die wie die Wilden einfach um sich schießen und versuchen irgendwie einen Fisch an Land zu ziehen. Allerdings gibt es auch eine Art und Weise, wie du einen ROI erzeugen kannst. Der ist so komplett aus der Art und das Beispiel möchte ich dir heute mal erzählen, weil ich habe es vor einigen Wochen erzählt bekommen. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder und ich persönlich durfte ihn treffen, diesen Mann, von dem ich dir jetzt erzähle. Und es war eine sehr angenehme Begegnung, kann ich sagen. Und die Geschichte, die ist einfach irre. Ich möchte dir die Geschichte erzählen von Sai Genialzin. Und Sai Genialzin ist ein deutscher Unternehmer, der mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt und seinen unternehmerischen Lebensmittelpunkt in Dubai hat. Und er ist, ich glaube, einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Fahrzeughändler in Dubai. Und er hat damit ein großartiges Geschäft aufgebaut. Er hat viel, viel Geld damit verdient. Und natürlich hat er sich auch Gedanken gemacht, auf was für eine Art und Weise könnte ich meinem Namen, meinem Unternehmen, der Qualität dessen, was ich der Welt zu geben habe, noch ein bisschen mehr Dynamik verleihen. Und er ist dabei auf eine irre Idee gekommen. Du kennst vielleicht Kendall Jenner. Kendall Jenner, ich glaube, der jüngste Spross aus der Kardashian-Familie. Ich glaube, auch die jüngste Milliardärin dieser Welt. Und sie hatte Geburtstag. Und Sai Gen hat die Entscheidung getroffen, sie kennt mich nicht. Keine Ahnung, ob sie jemals eine Ahnung davon haben könnte, wer ich bin. Aber wir lassen es jetzt mal drauf ankommen. Und er hat für einen, ja, denke ich mal, sehr hohen sechsstelligen Betrag einen Rolls-Royce gekauft. Und hat diesen Rolls-Royce, dieser jungen Dame, Kendall, zum Geburtstag geschenkt. Eingepackt in eine große Schleife. Und er war zu diesem Zeitpunkt natürlich auch, ich glaube, in Los Angeles war das seiner Zeit. Und er wurde eingeladen von ihr zu dieser Party. Und natürlich gab es unglaublich viele Fotos miteinander. Er hat Menschen kennengelernt auf diesem Event. Und seine komplette Idee ging auf. Er hat einen Betrag X investiert, den Unternehmen normalerweise in einem ganzen Jahr im normalen KMU-Bereich an Social-Media-Werbung ausgeben. Für ein einziges Auto. Und hat dieses Fahrzeug einer jungen Frau geschenkt, die sich von ihrem Vermögen wahrscheinlich hunderte solcher Autos hätte kaufen können. Aber diese Geste allein hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Und es gibt ein Video von Saigin, wo er sozusagen auf dieser Party ist und Fotos mit ihr. Und das hat mittlerweile 1,7 Millionen Aufrufe. Es ist ein ROI, der ist praktisch nicht berechenbar und der ist nicht bezahlbar. Denn du kannst natürlich nicht ermessen, welche Wege du nachher in der Lage bist zu gehen. Was für Menschen du als Kontakte gewinnst, was du mit denen nachher für ein Business draus machen kannst oder was dann folgt. Ob das irgendeine Fernsehdokumentation über deinen Lifestyle in Dubai ist und du damit bei den Menschen, die du wirklich erreichen kannst, noch eine viel höhere Kontaktfrequenz hast oder überhaupt erst mal eine Wahrnehmung erzeugst. All das hat dafür gesorgt, dass er seinen Bekanntheitsgrad in Größenordnungen ausweiten konnte. Und das ist eine extrem clevere Story. Also du kannst ROI zwar in diesem Moment nicht messen, du kannst sie nicht wiegen und du kannst sie nicht zählen. Aber das, was er dort an Investment getätigt hat, ist im Vergleich zu dem, was andere für denselben Grad an Aufmerksamkeit über bezahlte Werbung machen, so gering. Und der Return on Investment in Aufmerksamkeit in potenziellen Kunden und über welchen Zeitraum sie ihn künftig erreichen können, ist so ungleich größer, dass das für mich eine Idee ist, die ich heute unbedingt mit dir teilen musste, weil ich persönlich finde es großartig, andere Wege zu gehen, ROI auf eine völlig neue Art und Weise für sich auch zu definieren und das auch mit einem unternehmerischen Erfolg zu verbinden. Und vielleicht kann das für dich auch ein Ansatz sein, zu überlegen, wie kannst du denn Mehrwert schaffen, indem du bereit bist, auch mal einen völlig anderen Weg einzuschlagen, als einfach nur anderen Unternehmern auf eine furchtbare Art und Weise mit einem Sofortpitch auf die Nerven zu gehen. Also, wenn du das nicht tust, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn du es bisher getan hast, dann nimm das bitte mit als etwas, was nicht dienlich ist im Sinne deines beruflichen und unternehmerischen Erfolgs. Und wenn du aus der Geschichte mit Seigen mitnimmst, dass es manchmal sinnvoll sein kann, einen neuen Weg zu beschreiten, dann hat es dir auch geholfen. Ich freue mich, wenn du zum nächsten Video wieder dabei bist. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können und ja, in diesem Sinne alles Gute und ciao, ciao.